Ja, ich begrüße euch zum nächsten Drehlöcheln, heute am 24.05.2024. Es ist jetzt so knapp 15 Minuten vor 2 Uhr in der Früh. Ihr wisst ja, ich kann die Hufe nicht stillhalten. Ja, ein Punkt wäre, Nancy Faeser plant, politische Früherziehung in Sportvereinen. Ja, ja klar, das kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Wobei, eigentlich hier, da hat ja schon alles gegriffen diesbezüglich. Wenn man sich jetzt hier diese, sorry, Schwuchteltrikots anschaut, wenn man sich noch an die Regenbogen-Kapitänsbinde erinnert. Ja, müsste das doch eigentlich schon Vorbild genug sein, Nancy. Aber wir wissen ja, du gehst volles Ruhr aufs Ganze. Darum geht es, aber nicht nur darum. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei BitChute, Odyssee, Rampel, getraillert. Nein, Entschuldigung, könnt ihr wieder sehen bei BitChute, Odyssee und VK, getraillert bei Rampel einmal und dreimal YouTube. Ja, und dann vielleicht bis gleich, macht's gut. Oder bis nachher, bis gleich ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber das ist ja alles relativ die Zeit. Nochmal alles, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.